Moin und Willkommen zu meinem ersten Gaming Video auf dem Handy. Der Selang, also Dönerpause, hat ja schon ein paar Videos gedreht, Fortnite, Abo zocken und so, aber es wird jetzt nicht so ein langes Video, es wird eigentlich nur ein kurzes Video, wo ich ein bisschen Stack zocke oder auch andere Spiele auf dem Handy und ihr könnt mir dann halt schreiben, welche Spiele ich noch so spielen kann. Das Video wird heute oder sogar noch morgen bei YouTube sein, besser wenn sie es anguckt, ist es ein bisschen unlogisch, weil ich gerade rede. Ich mache jetzt auf mein Handy ein paar YouTube-Videos, mache dann auch bald auf der PS4 und Videos, Fortnite-Abo zocken und so und auf der Nintendo Switch mache ich dann vielleicht so ein paar Clips. Ihr werdet bald auch nochmal ein Video finden, wir machen dann auch manchmal abends und morgens sowas wie eine Tagesschau, wir sagen so ein paar Sachen. Ja, Selang macht jetzt gerade, wo ich aufnehme, Abo zocken, Livestream, da könnt ihr auch zugucken. Ja, ich habe heute, ich bin auf dem Internet nach Hause gekommen, also ich bin gerade zu Hause und Selang ist auch zu Hause. Ja, ich zock jetzt noch so ein paar Runden und versuche mal einen Score hinzukriegen, aber ja. Ich hoffe euch hat mein erstes Gaming-Video bis jetzt gefallen. Ja, und jetzt zock ich jetzt noch ein paar Runden. Ich bin nicht gut ins Deck. Ich kann ja auch kurz andere Spiele spielen. Beispiel, hmmm, Leech of Gamers, da bin ich gut. In Leech of Gamers habe ich alles, da kann ich wieder Praktisch machen oder wie man das nennt. Ja, das ist so ein Tab-Game. Eigentlich voll cool, aber ja. Das sieht man ja auch unten. So ein Tab-Game oder wie man das nennt. Ja, ich kann euch kurz mal ein Sprint zeigen und so. Das sind alle meine Waffen, also ich habe alle Waffen, die es gibt. Man kann nicht mehr kaufen. Ich kann nur noch ein bisschen upgraden. Ja. Ich habe viele Mitarbeiter. Und hier sind meine Run-Memories und so. Jetzt kommt Werbung. Das Spielwissen der Werbung war, kann ich auch mal spielen. Das muss ich mir aber noch runterladen. Ich ziehe mir nochmal alle meine Sachen. Sehr. Ja, das Spiel ist eigentlich voll cool. Da habe ich noch andere Spiele. Da bin ich jetzt ganz okay drin. Ich bin jetzt Level 408 oder so. Ich spiele schon seit ein paar Tagen. Ne, ich bin 309. Ah, ich habe noch nen anderen Akkord auf meinem anderen Handy. Ich spiele Bug bei mir mega. Ah, eine neue Waffe. Cool. Besser gesagt, ich glaube ich habe sogar ein bisschen gecheatet im Spiel, weil bei mir gehen die Waffen richtig langsam hoch. Normal gehen die richtig schnell hoch. Ich kann euch mal kurz zeigen. Warte, ich töte mich mal. Ich kann euch zeigen, mit was ich meinen Rekord gemacht habe. Mit welcher Waffe. Und zwar mit... Ah, warte kurz. Ich glaube... Mit der Grasshopper habe ich meinen Rekord gemacht. Mit 200 irgendwas 1000. Hier sieht man nochmal meine Waffen. Es sind halt ein paar Waffen. Ähm... Ja, okay. Dann kann ich euch noch ein anderes Spiel zeigen. Hm... Hm... Ja, ihr seht meine Spiele. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, welche Spiele ich mir runterladen soll oder spielen soll. Ich glaube... Das war es jetzt auch mit dem Video. Ich würde sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und... Ciao!